Auch nach 20 Jahren kann er es immer noch nicht wirklich fassen, wie die Fans ihm zujubeln. DJ Bobo genießt den Beifall. Das war sie, die umjubelte Premiere zur DJ Bobo Fantasy Tour. Am 27. November 2009 kam ein ausgewähltes Publikum in den Dome des Europa-Parks Rust und war hin und weg von der sensationellen neuen Show. Monatelange Vorarbeit und zwei harte Probewochen direkt vor der Show haben ihre Früchte getragen. I remember the good old days, it was once upon a time. I felt the sunlight on my face, I had the strength to rise and shine. These precious memories grow pale and turn to grey. A nightmare becomes reality and soon the truth will fade away. Now the moon frees my heart with its silver light. What was wrong is turning into right. Alle sind erleichtert und glücklich. Die Künstler liegen sich in den Armen, genießen den Erfolg und das Nachlassen der Anspannung. Überwältigende Emotionen, bewegendes Zählen. Der Erfolg schweißt das Team noch mehr zusammen, als es die Probewochen schon gemacht haben. Aus einer Gruppe von Künstlern wird immer mehr eine Familie. Auch wenn das nie so geplant war. Ich habe das nicht absichtlich geplant, dass es so ist. Es gibt aber ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl uns allen, weil wir ja dasselbe Ziel verfolgen. Wir möchten den Menschen eine Show bieten, welche aussergewöhnlich und gut ist. Und das entwickelt sich dann, wenn man zusammenarbeitet, dieses Familiengefühl. Und das kann man nicht planen. Entweder es entsteht oder es entsteht nicht. Und es ist wunderschön, wenn es passiert. Weil man lebt dann das, was man tut. Und ich kann das gar nicht verlangen von einem, dass er in diese Familie hier reingeht. Und sie möchten, sie wollen das. Und wenn das jemand will, dann nehmen wir ihn gerne auf. Aber das ist nicht so, dass man jetzt sagt, du bist seit zwölf Jahren dabei, du gehörst zur Familie, du bist erst seit acht Jahren dabei. Auf keinen Fall. Das ergibt sich alles Natürlich. Es hat sich vieles Natürlich ergeben bei uns. Natürlich immer mit diesem Ziel vor Augen, wir wollen aussergewöhnlich gut sein. Er ist der verrückte Mann. Er ist der verrückte Mann. Er ist der verrückte Mann.